Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Kampagna Wir sind wieder in der A330, sag ich mal, wie wir es von M3 kennen Und das ist jetzt mit dem Chat Okay Alles verstanden Und komm Bämms Bämms Wo 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 Nein Der war voll schlecht Shit Das war hin Vier Sekunden Vier Sekunden gerade eh, weil es noch drei Da so Nein doch, zwei Sekunden Nice Ich muss mal grad So Okay Es war vielleicht ein bisschen langweilig sein jetzt Weil ich hier so rumfliege, aber naja, gehört dazu Ah, geht doch Tani 4 Von uns wird's draus Out Okay Yeah Ja Okay Wieder Am Laden Und weiter geht's Ja, ich würde mal sagen, wir sind heute den ganzen Tag, als heute Im Helikopter Ach, im Chat Ich klicke mich gerade über dem Kopf Sprichwörtlich, ne Grünes Licht Na ja, Moment Ich muss mal kurz mit der Grafik gucken Ähm Okay 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 Schluss Aber jetzt Direkt aus Licht zu, bring sie runter Direkt aus Licht zu, wunderbar Das war Chatfliegen Mission Operation Guiltina Wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, hilf dir einen Blick auf deinen Kompass weiter Okay Okay, alles klar Über den Wartfindern Immer nach Norden gehen Du kannst zwei Primärwaffen tragen Naja, Muttelbär nicht, ne Muttelbär, ne Naja, Muttelbär nicht, ne Naja, Muttelbär nicht, ne Muttelbär nicht, ne Muttelbär nicht, ne Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind sie hingegangen Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht Verstehe Und bis zu diesem Zeitpunkt waren sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich zauber Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen Und zwar streng nach Vorstellung Na schön Erzählen sie uns wie sie die Bombe in Teheran fanden Dann wollen wir mal Im Grunde genommen spielen wir seiner Geschichte nach Ja, in alle Bildscher Speichert Oh komm, mach's mir nicht schwer Ganz schön große Stirn Allerdings Noch keine Waffenlaster Nee Die Müllen des Schicksals mal langsam Misfit hier, A-Maker Ich höre Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos Allerdings Um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Gerasets Regiment die Jaffi E-Brücke eingenommen Dadurch sind Misfit und Helmöcker in Position Feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdiensteinfos zu entspannen Euer erstes Einsatzziel ist der Kolschierwohnkomplex hinter dem Kanal Wir werden den Angriff in einer Minute starten Haltet euch bereit auszusteigen Verstanden Ok Da ist Haymaker Los geht's Alle Misfit-Kennungen Wir starten die Mission Wiederhole Mission startet Sir, verstanden Blackbein Nimm die Nase Geil Mösser Los 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 Was mache ich damit? Aufpassen Wo Es wird First Wir versuchen zu ihm Eles einen Gettel Laura Woah Song Müssen ihm hier folgen Also wie gesagt Die Grafik ist einfach richtig geil Spielerlebnis sowieso Also macht richtig Bock Okay Laufen wir doch nicht weg rum Geh extra Los ich brauche da unsere Frontfire Und jetzt fliegen wir unter die Mauer Los wir machen das Ja und los geht's Gleich Ja und los geht's Ja und los geht's Ja und los geht's Ähm Wir haben nicht ewig Zeit Oh, mir geht's da nicht gut. Komm. Ate, jetzt. What the hell? Kanate. Wow, 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 wow. So. Upsala. Ja. Mann, geht doch nicht mal kaputt, das scheiß Ding. Macht alles nieder. Wow, welcher Wichser. Nein, geht doch nicht. Nein, geht der A3, scheiße. Mir geht's gar nicht gut. Nein, geht's gar nicht gut. Go, go, go. Fuck, mir geht's gar nicht gut. Ah, nein, 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 nein. Komm schon. Woah. Oh, mir geht's gar nicht gut. Hilfe. Waffe. Was ist das denn für scheiß Waffe? Oh, mir geht's gar nicht gut. Ich mach es gar nicht gut. Ich bin ein weiterer. Ich bin ein weiterer. Ich bin ein weiterer. Ich mach nicht so viel Lärm. Seid derjenige, der so viel Lärm macht. Na komm. Hallo. Boah, haben die mich überrascht. Da muss ich meine Shotgun nachladen. Warum die alle nur so hässlich K3H3 an? Oh, dann ist das schönes Auto. Oh. Oh. Yeah. So, wir fahren. Oh, wir werden gefahren. Ich kann mich da auch nicht umgucken. Doch, doch kann ich. Ja, das war das nicht hier. Ah, wie fahrt ihr denn alle? Das ist so langweilig. Okay, naja. Wollen wir mal aufbrechen. Bestätigt. Ich hab mich gerade zugestimmt für da digital zu beraten. Aber schießen wir uns nicht selbst und nehmen Ihnen die Arbeit ab. Ich bin ehrlich gesagt, für mich noch nicht die nötige Aggression, scheiße. Ich kenn's weiter. Auf Nächste. Scheiße. Wo ist der hin? Verstanden, 1-3. Umkehren nicht nötig. Wir schieben die Kahl aus dem Weg. Aus. Du hast es gehört. Halter. Dann bringen wir es hinter uns. Dann kann ich hier nicht durch oder nicht verarschen. Platzabhausen. Überführung. Woho. Hier drüben. Sebastian. Bisschen nichts. Boah, renn. Ja, was ab, man. Da gibt Gas, Junge. Hey, blockier mich nicht. Ich will die Stimmung aus, als ein Battlefield zu blockieren. Komm, Panzerfaust, gib mal Gas. Also ich empfehle, euch auf Engräumen einen Shotgun zu nehmen. Weil der einfach mal Bums hat. Sobald wir draußen sind, will ich, dass ihr sie mit Flankenfeuer abfackelt. Verstanden? Verstanden. 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 Ich komm hier nicht durch. Nein. Du. Warum haben die nicht geschieht? Guck mal, der steht genau davor, Mann. 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 Ich stand genau davor. Okay. Ich will versuchen, auf Secondary zu wechseln, aber nee. Ist nicht. Komm. Ja, bla, bla. Verstanden. 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 Prost. Gas. Boah. Upsala. Komm schon. Ohohoho Komm schon, jetzt können wir weiter vorrücken So, das war's Wow, 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 wow Geh zur Bank, folgendes Quad Yeah Hey Äh, was hast du denn hier? Was hast du denn scheiß hier? Verlaute 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 Ah! Bis zum nächsten Mal.